Crusader Kings 3 ist ein super Spiel, aber es kann auch sehr, sehr gemein sein. Und deswegen will ich euch helfen, mit diesen besonderen Tipps euer Spiel voranzubringen, damit ihr auch wirklich die Weltteierschaft uneingeschränkt an euch reißen könnt und hoffentlich auch so manchen Krieg oder so manche Situation umgehen könnt, die nun mal die sichere Niederlage bedeutet. Dabei gehe ich auf Aspekte ein, die sehr oft übersehen werden im Spiel und die ihr auf jeden Fall beachten müsst, wenn ihr das Spiel meistern wollt. Also selbst wenn ihr schon einige Stunden drin habt, solltet ihr noch ein oder zwei Tipps finden, die euch tatsächlich weit nach vorne bringen und vielleicht eure Spielweise etwas aufmischen. Also legen wir direkt mal los mit dem ersten Tipp. Beim ersten Tipp gehen wir erstmal auf etwas ein, was ich schon mehrmals erwähnt habe, was solche Leute kennen, aber wahrscheinlich wenig beachten. Und zwar auf unsere Kultur und dann die Innovation. Denn Innovation sind ja die Technologien, die wir nun mal haben in unserem Spiel. Und ganz wichtig ist zu wissen, welche Innovationen sind da wirklich extrem wichtig. Wenn ich zum Beispiel nach meinem Tutorial die Entwicklung so gepusht habe, kann ich ja auch relativ schnell forschen und es gibt ganz klare Technologien, die viel wichtiger sind als andere Technologien. Und auf die wollen wir jetzt mal eingehen. Und zwar als erstes, was uneingeschränkt immer nützlich ist, ist alles, was euch ein Gebäudeslot gibt. Davon gibt es ganze vier Technologien, die relevant sind bis zum Hochmittelalter. Danach im Spätmittelalter gibt es davon nichts mehr. Das heißt, ihr müsst darauf achten, wo bekommt ihr ein neues Gebäude. In der Stammesepoche findet ihr da das Hauptbuch. Unscheinbar sieht nicht sehr besonders viel aus. Ich habe da früher nie darauf geachtet. Ihr seht aber einen zusätzlichen Gebäudeplatz. Das ist ganz wichtig, denn das gibt uns mehr Möglichkeiten, Wirtschaft auszubauen oder Militär auszubauen. Im frühen Mittelalter finden wir da die Landvögel auf der gleichen Position. Relativ einfach also, kann man sich gut merken. Das Ganze wird im Hochmittelalter aber, ich sage mal, spannender oder spezieller, weil erst mal ist die Positionen vertauscht, warum auch immer. Da finden wir erst mal die Zünfte. Und ihr seht auch schön, Zünfte geben euch auch noch Zugang zu einem neuen Gebäude, das schon mal recht gut ist. Aber das andere von diesen Forschungen ist sogar noch viel besser, nämlich die Windmühle im gleichen Zeitalter. Gebt euch Segelmühlen und Wasserräder zur Verfügung, die massiv eure Entwicklung und Wirtschaft waffen, die ihr auf jeden Fall als allererstes, sobald ihr im Hochmittelalter seid, erforschen solltet. Und warum auch nicht? Schaut sie euch an, die majestätischen Wasserräder. Natürlich bringen sie einen Fortschritt und finanzielle Sicherheit, aber auch wunderschönes, klares Wasser, was genutzt wird, um Energie zu produzieren. Apropos Wasser, klingt ihr auch wirklich immer genug Wasser? Wenn nicht, kann ich das irgendwo verstehen, denn es ist zwar wunderschön anzusehen, es beruhigt sehr, aber es schmeckt auch recht fad. Und deswegen nehmt doch einfach mal diese Alternative hier, namens Holy, die euch einfach einen ganz anderen Kick bietet, wo ich trotzdem dazu zwingen, genug am Tag zu trinken, weil es eben so lecker ist. Das Ganze ist ohne Zucker von einem Start-up-Unternehmen aus Deutschland und in verschiedenen Sorten Hydration, Ice-Tee oder Energy-Drink zu finden. Ich empfehle besonders die Teesorten, gerade Acai-Hibiskus schmeckt einfach super lecker. Ich habe es selber ausgiebig probiert. Da die Geschmäcker aber unterschiedlich sind, könnt ihr natürlich super gut mit meinem Code OMNI5 euch ein erstes Starterpaket zulegen, damit erst mal 5 Euro sparen und mich vor allen Dingen mit dem Umsatz beteiligen. Das würde mich sehr freuen und würde den Kanal sehr unterstützen. Und zusätzlich könnt ihr auch dafür sorgen, dass ihr immer genug trinkt, weil ihr eben so ein leckeres Getränk zur Verfügung stehen habt. Beim Start-up-Set bekommt ihr ausgiebig Sorten, die ihr testen könnt und könnt dann mit OMNI immer noch 10% auf jede weitere Bestellung erhalten. Aber schweifen wir nicht so lange ab, gehen wir weiter zu Sinn-Tipps. Habt ihr eure Kultur also angepasst und nach den Tutorials, die ich euch gezeigt habe, manipuliert, dann könnt ihr die Windmühlen relativ schnell bekommen und damit einen gigantischen wirtschaftlichen Vorteil bekommen, sobald ihr ins Hochmittelalter, also 1050, einsteigen könnt. Dann sollte man beachten, etwas ganz Allgemeines, wo ich leider nicht sagen kann, was pauschal immer das Beste ist, nämlich die Forschung, die ein Gebäude freischeint. Und zwar finden wir da immer verschiedene Punkte. In der ersten Epoche ist zum Beispiel Stadtplanung sehr wichtig, denn dann könnt ihr erst neue Besitztümer bauen, wenn ihr schon feudalisiert seid. Seid ihr nicht feudalisiert zum Beispiel, braucht ihr diese Punkte nicht, ist also nicht so relevant. Wichtiger sind dann für euch tatsächlich die Kasernen, weil dann könnt ihr alle Militärgebäude bauen, die Motten, denn dann könnt ihr alle Befestigungsgebäude bauen, die Felderwirtschaft, denn dann könnt ihr alle Wirtschaftsgebäude bauen. Die Priorität für mich persönlich ist immer zuerst Wirtschaftsgebäude freischalten und dann erst die militärischen Gebäude freischalten. Das heißt, ihr geht immer, guckt immer, wo steht Wirtschaftsgebäude der Epoche freischalten und erforscht diese zuerst. Wenn ihr militärisch zuerst eure Kasernen aufwerten wollt, dann werdet ihr auch danach schauen müssen. Das sind im Frühmittelalter immer auf der gleichen oder ähnlichen Position zumindest. Boots sind hier alle Mittelaltergebäude, Festungsmauer gibt es wieder die Befestigungsgebäude und wichtig, geben euch dickere Bogen. Nur wenn ihr höhere Bogen habt, könnt ihr auch höhere Level von Gebäuden bauen. Das heißt, eigentlich ist sogar Festungsmauer noch wichtiger, weil erst wenn ihr Festungsmauer gebaut habt und eure Bogen upgradet habt, könnt ihr auch tatsächlich neue Gebäude auf Level 4 bringen. Das gleiche Prinzip geht mit Gutsherrschaft für Wirtschaftsgebäude und den Tempel. Hier nur mit Gutsherrschaft könnt ihr den Tempel auf Stufe 2 bringen und dann auch die Wirtschaftsgebäude upgraden. Nach meiner Strategie, die ich im Tutorial also gesagt habe, wäre das hier euer absolutes maßgebliches Forschungsziel. Denn ihr würdet ja Tempel upgraden, wo ihr billiger bauen könnt und dann auch noch alle Wirtschaftsgebäude upgraden könnt. Also essentiell auf diese Sachen zu achten. Und natürlich gibt es Sachen wie Erbrecht, mehr Belagungswaffen und so weiter. Das sind Sachen, die man je nach Priorität auch forschen kann. Aber für mich absolut wichtig als Tipp mitzugeben, welche Forschungen als dritte Klasse relevant sind, sind halt jeweils die Forschungen, die sich auf diesem Slot hier befinden. Antrittsplätze, Haustruppen oder Kriegsvolk. Denn diese geben euch jeweils immer ein neues Kriegsvolk, also eine mögliche Anzahl von Kriegsvölkerregimentern dazu und ihr erhöht die Größe damit. Jedes Mal ist diese Forschung hier auf diesem Platz bis zum Spätmittelalter, wo es dann eben stehen Herr bedeutet, wo ihr noch mehr Regimenter bekommt. Also essentiell, um eure Armee zu pushen und euer privates Kriegsvolk, halt nicht das schmutzige Aufgebot, sondern wirklich das Kriegsvolk nach oben zu. Dann zeige ich euch einfach nochmal, wie krass diese Windmühlen sind. Denn ihr seht auf der fünften Stufe, ich will auch die erste zeigen, auf der ersten Stufe auch schon extreme Vorteile. Besser als alle anderen Gebäude, die in einen Slot reinbringen können, wenn es um Wirtschaft geht. Viele Steuern, noch mehr prozentuale Steuern und Flat-Entwicklung plus prozentuale Entwicklung, was sehr, sehr mächtig ist. Die Dinger sind auch recht teuer, aber sie bringen euch weit voran. Wenn ihr also Prioritäten setzen wollt, ist Windmühle absolut the way to go. Denn damit könnt ihr tatsächlich einen gigantischen Vorurteil erringen. Als Letztes nur nochmal ganz kurz zeigen, was ich meinte mit dem Bogen. Ihr könnt ja hier auf die Bogen klicken, das wissen auch wahrscheinlich alle, hoffe ich zumindest, wenn ich dann herzlichen Glückwunsch habe das jetzt gelernt. Dann könnt ihr hier drauf klicken und könnt auf Verbessern klicken. Und ihr seht immer da angeben, aha, hier braucht ihr Festungsmauern. Nochmal, wenn ich jetzt meine Wirtschaftsgebäude alle freischalte, im frühen Mittelalter zum Beispiel, kann ich theoretisch auf die vierte Stufe Bauernhof upgraden. Aber, da ich meine Burg nicht auf Stufe 2 habe, kann ich das nicht tun. Ich kann erst die nächsten zwei Level der Gebäude wählen, wenn ich mein Donjon hier gebaut habe, was ich über die Festungsmauern bekomme. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, bitteschön, könnt ihr haben, interessiert mich nicht. Der nächste Tipp ist auch wieder so ein bisschen Kleinigkeit. Es ist eigentlich klar, dass man es vor Augen hat, aber die meisten Leute benutzen es nicht. Es geht wieder mal um unseren guten alten Rat, denn der Rat hat natürlich viele Fähigkeiten zur Verfügung. Ein paar davon haben wir schon mal besprochen, aber es sind ein paar Dinge, die ich natürlich noch erklären muss. Gehen wir erstmal auf das etwas belanglosere, in Anführungszeichen, nämlich die Kulturakzeptanz fördern. Denkt daran, euren Ratsverwalter immer gut zu nutzen, solange ihr nicht gerade essentiell Gold braucht. Könnt ihr die Kulturakzeptanz fördern, sodass ihr Mischkulturen bilden könnt, wenn ihr den Royal Court DLC habt. Ihr könnt eure Kultur reinbringen, wenn ich zum Beispiel meine sechs Slots von Gebäuden jetzt unten in Afrika nach Arkan bringen wollte. Dann müsste ich hier die Kultur fördern, damit auch wirklich diese Slots kommen. Weil eben alle Kulturen, die diese Forschung nicht haben, auch nicht so viele Slots haben. Wenn wir jetzt Richtung Afrika gehen, dann sehen wir vier Slots. Das heißt, wenn ihr eure Kultur auch wirklich nutzen wollt, müsst ihr natürlich auch die Kultur in eurem Gebiet fördern, sodass euer Kerngebiet, das was ihr besitzt, nicht mehr eigentlich nur euer Kerngebiet, tatsächlich auch euren wunderschönen, wie hier zum Beispiel Alpin, Albicino, Tschecho-Armanische Kulturvolk. Toller Name, habe ich sehr gut gemacht. Ja, nur dann könnt ihr davon profitieren. Das ist, glaube ich, aber auch klar. Und dann natürlich immer, wenn ihr wirklich die Entwicklung pushen wollt, müsst ihr den Ratsverwalter eigentlich, so lange nicht wirklich essentiell was anderes zu tun haben, auf eurer Hauptstation. Ihr seht nämlich, was das für ein verfluchter Zuwachs ist. Ihr seht nämlich 5,37 pro Monat, was ein Wert ist, den ihr nirgendwo anders bekommt. Ihr kommt normalerweise, selbst mit einem sehr guten Gartenbauer, einen Wert von 0,9. Gartenbauer, denkt dran, beste Kulturtraditionen, die es gibt. Habe ich auch schon im Tutorial gesagt, sage ich hier, aber auch nochmal, gebt euch gerne nochmal als Tipp mit, wenn ihr das nicht versteht, weil ihr flat Entwicklungszuwachs dazu bekommt und dadurch eben eure Entwicklung krass nach vorne bringt, sodass ihr auch wirklich hier auf diese 100 kommt, die euch eben den Vorteil in Steuern aufgeboten bringt. Aber ich will euch eigentlich nicht auf die Folter spannen, aber habe es schon getan. Die wichtigste Fähigkeit, die eigentlich kein Schwein benutzt, ist die vom Ratsmarschall. Da muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, immer wieder daran denken, natürlich Kontrollzuwachs, in Gemeinden sollte jeder von euch wissen. Wenn ihr die Kontrollen nicht auf 100 habt, werdet ihr sehr viel weniger Steuern aufgeboten bekommen. Ich glaube, das ist klar, dass man das mittlerweile immer machen soll, sobald man ein neues Gebiet erobert hat, sind die Kontrollwerte sehr niedrig. Das heißt, ihr müsst das natürlich einsetzen. Das ist aber, glaube ich, noch klar. Danach, wenn ihr die Kontrolle einigermaßen durch habt, geht ihr immer auf diese Fähigkeit, die ich hier schon aktiviert habe. Denn diese Fähigkeit ist absolut kranker, vor allem wenn ihr einen sehr starken Ratsmarschall habt. Ich habe euch ja in dem Video mit dem Militär nochmal gezeigt, wie es mit dem Stationieren eure Buffs erhöht. Und der hier erhöht euren Buff auch nochmal absolut krass dazu. Ihr könnt einfach mal schlappe 15% dazu bekommen. Der ist allerdings jetzt auch noch nicht mal besonders gut. Ich kann jetzt nicht auswechseln. Aber ihr könnt mit ihm hier zum Beispiel auch 25% bekommen. Ihr könnt immer den Wert dieses Ratsmarschalls auf eure Prozente vom Schaden und Zähigkeit, wie ihr da unten sehen könnt, und der Erritereffizienz sogar auch noch hinzufügen. Hat der also 40, sagen wir mal, hat wirklich einen utopischen Superratsmarschall, könnt ihr hier 40% mehr Schaden und Zähigkeit und Rittereffizienz mitnehmen, was unfassbar stark ist. Und die Hälfte davon geht auch nochmal zu Ritter verbessern, was nicht ganz wichtig ist. Aber das hier oben ist essentiell, solltet ihr unbedingt mitnehmen und niemals unterschätzen. Ich vergesse es auch mal gerne, aber ihr merkt den riesigen Unterschied, wenn der monatelang, also diese Monate voll sind, also 15 Monate, wenn der die trainiert und ihr dann euer Kriegsvogel auf die Bühne bringt, also im Kampf kämpft, wie viel stärker euer Kriegsvogel ist. Warum ich hier in Streams immer alles squische irgendwann, liegt auch daran, nicht nur am Stationieren, was ich im Video erklärt habe, sondern auch daran, dass ich den Ratsmarschall immer auf diese Prozente setze und theoretisch auch einen besseren Ratsmarschall drin hätte, als der jetzt, der sich hier reingeschiebt hat. Und dann als nächstes Tipp, Leute, ich muss mich entschuldigen. Ich habe euch auf ganz viele Jagden gezwungen. Ich habe euch zu ganz viel Festmännern gezwungen. Und ja, habt ihr nicht Tours und Tournaments als DLC, ist das auch noch immer der Weg, das zu tun. Aber ich habe tatsächlich mein Meta geändert und bin tatsächlich auf eine neue Aktivität gegangen, die wesentlich besser ist, wenn es um Prestige geht und zwar lächerlich stark ist, vor allem, wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt. Und zwar geht es um einen Tipp hier rum, dass ihr als erstes, was ich schon mal gezeigt habe, immer die Heiratsart Polygam nehmt. Weil Polygam ermöglicht erst mal, erst mehr Bündnis zu bekommen, bessere Ehefrauen für Verwaltung zu bekommen und dadurch schon sehr stark ist. Und als drittes, sehr viele schöne, geschmeidige Prachthochzeiten zu führen. Denn Prachthochzeiten könnt ihr einfach, indem ihr zum Beispiel heiratet, immer an diesem Klick hier unten, solange ihr Tours und Tournaments als DLC habt, schön aktivieren und könnt dann eine Prachthochzeit feiern. Und ich habe mir immer gedacht, ja, die sind nervig, die Pop-Ups, die da kommen. Und es ist nicht so wirklich sinnvoll. Aber das stimmt gar nicht. Denn wenn ihr diesen Tipp hier befolgt und euch bei eurem Vermächtnis direkt als erste Fähigkeit, Aktivitäten, traditionelle Reclaimer-Hochzeiten, also da steht euer Haus jeweils, nehmt und dann 50% weniger dafür bezahlt, dadurch noch bessere Bündnisse anhand zieht, was genial ist, dann habt ihr einen gigantischen Vorteil. Denn so eine Hochzeit ist natürlich nicht billig. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Opa mal verballere, dann sage ich einfach mal hier, die sieht doch ganz nett aus, lass einmal laufen, die akzeptieren das Ganze und dann seht ihr oben rechts schon ein Pop-Up. Mach mal eine Prachthochzeit. Wichtig ist, ihr müsst diese Prachthochzeit auch machen, wenn ihr es versprochen habt, sonst bekommt ihr eine gesamte Ruhmstufe abgezogen, wenn ihr das verkackt. Ihr habt drei Jahre Zeit, danach muss das geschehen. Es ist aber, wenn ihr mal seht, mit diesem Vermächtnis, was ich euch eben gezeigt habe, was ich hier noch nicht mehr aktiviert habe, 50% noch mal günstiger. Und ich bin jetzt schon ein Kaiser, seit ihr ein Herzog kostet das dann tatsächlich lächerlich wenig. Wenn ihr zum Beispiel seht, kostet das jetzt 660, denkt also 50% weniger, geht also auf 330. Der Tipp dazu ist, ihr braucht ja nur Prestige. Das heißt, ihr geht hier überall runter und macht das so noch günstiger. Jetzt seht ihr schon, obwohl ich nicht meinen Trader habe, bin ich schon bei 480. Würde also 240 bezahlen, wenn ich diese Aktivität nutzen würde. Und hier nur diese Unterhaltung, die gibt euch den Prestige-Zuwachs. Das heißt, wenn ihr jetzt gar kein Geld habt, könnt ihr das notfalls auch noch verringern. Seid schon bei 420, eben 210 respektive. Oder wenn ihr sagt, ich habe richtig viel Kohle, würde ich es auch noch mal erhöhen, weil dann kriegt ihr noch mehr Prestige-Zuwachs. Wir können uns ja mal anschauen, wie viel Prestige wir bekommen. Wir merken uns 23.700, sagen wir mal 24.000 und schauen uns mal an, wenn ich jetzt die ganze Hochzeit durchgeklickt habe, wie viel denn da wirklich rausgekommen ist. Vielleicht solltet ihr euch noch ergänzen, dass ihr tatsächlich bei dieser Pacht-Hochzeit, deswegen habe ich nie gedacht, dass das so viel gibt, sehr viel Passiv-Prestige generiert. Das heißt, wenn ich hier jetzt gerade die ganzen belanglosen Events weiter durchdrücke, ist es natürlich wichtig, hier auch auf die Punkte zu gehen, die euch Prestige geben. Das sieht aber tatsächlich lächerlich wenig aus. Wenn ihr aber tatsächlich da weiter durchgeht, kriegt ihr immer weiter Passiv-Prestige, was unglaublich viel an Ressourcen gibt. Am Ende des Ganzen seht ihr in folgenden Aufzählungen, ihr seht schon, wir haben 2.500 Prestige gemacht. Das Lustige ist halt jetzt, weil wir Polygaben sind, wir können direkt die nächste Ehefrau finden. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt, eure alten Frauen zu haben, dann, oder Männer halt natürlich, könnt ihr bei Ehescheidungen gehen, da ihr ja auch eurer Religion auf immer erlaubte Ehescheidungen gebt, schmeißt die Frau raus und macht direkt die nächste Pracht-Hochzeit. Das ist natürlich deutlich erschwert, wenn ihr katholisch seid oder irgendwelche christlichen Religionen habt, wo der liebe Papst zustimmen muss. Der nervt da mal ein bisschen bei. Aber an sich könnt ihr jetzt direkt die nächste Pracht-Hochzeit machen. Ihr kriegt also schon innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von zwei Jahren, sagen wir mal, 2.500 Prestige. Habt ihr also das Geld, wir haben das jetzt übertrieben viel Geld, dann könnt ihr das konstant wiederholen. Und nochmal, ihr müsst nicht viel dafür ausgeben. Ich zeige euch sofort mal ein Beispiel, wo es nicht so gigantisch ist wie hier. Hier seht ihr zum Beispiel unseren Herzog vom Sonnenambeter-Playthrough, wo ich die Religion wiederbelebt habe, einen Zonismus und ordentlich viel Geld gescheffelt habe, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Haut auf jeden Fall mal rein und gebt mir da ein Like, da würde ich mich sehr freuen. Auch hier natürlich ein Like. Das hilft mir weiter und hilft mir euch weiter, solchen Content zu geben. So, sehen wir uns einfach mal an. Wir haben hier den Trade nämlich auch schon drin. Wir haben die Dynastie schon erhöht mit unseren Aktivitäten, traditionelle Sonnenambeter-Hochzeiten. Und können jetzt zum Beispiel auf unseren guten alten Herzog gehen hier. Sagen einfach mal Ehescheidung, weil wen interessiert es? Und können uns dann tatsächlich eine neue Frau. Und jetzt können wir es tatsächlich auch mal tun und gehen auf Pracht-Hochzeiten. Und jetzt können wir mal sehen, wie wenig das tatsächlich nur kostet. Ruhmstufe ist uns jetzt komplett egal. Und ihr seht schon jetzt, wenn ich mit dem Trade das anmache als Herzog, wie wenig das kostet. 110. Die Prestige, klar, okay, wir müssen hier auf Stufe 3 gehen, das schon. Das sind 155 Gold und ihr kriegt ungefähr um 2500 Prestige. Das kann natürlich immer variieren, aber so nach Erfahrung gibt es tatsächlich immer um die 2000 Prestige, die ihr tatsächlich da raus holen könnt. Wie gesagt, wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr auch noch hier Speis und Trank und auch der Hochzeit einfach runterstellen. Und schon seid ihr bei 110 für so viel Prestige, das könnt ihr mit keiner anderen Optionen kriegen. Der Nachteil ist natürlich, ihr bekommt keine Gegenstände. Ich glaube aber, dass die Hochzeit tatsächlich selber auch nochmal einen kleinen Prozentsatz an Entwicklung dazu gibt. Ist aber irrelevant, wichtig ist, ebenso könnt ihr halt Traditionen farmen wie Hulle. Wenn ihr natürlich, wie gesagt, entsprechend die Religion habt. Zum Beispiel hier haben wir keine Polygamie, da haben wir sowas nicht möglich. Und deswegen müsst ihr natürlich schauen, dass ihr auch Religion so anpasst, dass sie Polygamen sind. Beim nächsten Tipp ist es ähnlich wie bei Innovationen. Wisst ihr es schon, habt das halt schon gewusst. Wenn nicht, habt ihr ein gigantisches Wow-Moment. Und zwar geht es um Krieg und ganz praktisch angewandte Kriege, nicht irgendwelche Buffs oder sonst irgendetwas. Wenn ihr einen Krieg führt, egal wie groß das Reich ist, natürlich mit Einschränkungen und immer, müsst ihr einfach auf die Hauptstadt gehen. Die Hauptstadt ist das Zentrum Nummer 1. Wenn ihr zum Beispiel einen übermächtigen Gegner habt und ihr Glück habt und diese Hauptstadt belagert, dann könnt ihr tatsächlich Erben fangen oder tatsächlich auch den Anführer, also den König, Kaiser, wie auch immer, der ganzen Fraktion und damit den Krieg gewinnen. Ich werde gleich einfach mal im Hintergrund einblenden, was ich damit meine. Denn wenn ihr, selbst wenn ihr 2000 Truppen habt und der Gegner 7000 Truppen, dann ist es so, dass in der Hauptstadt immer die Kinder auch bewahrt werden. Hat die Person, selbst wenn sie gerade die Armee anführt, mehrere Kinder da rumliegen, dann ist es tatsächlich so, dass ihr die irgendwie aus dem Bettchen ziehen könnt und mitnehmen könnt, wenn ihr die Belagerung schafft. Gerade am Anfang des Spiels ist das eine sehr gute Methode, weil vieles noch Stamm ist oder nicht sehr hohe Belagerungswerte hat. Dann könnt ihr dann schnell in die Hauptstadt eindringen, einbrechen und mit Glück entweder einen weißen Frieden oder tatsächlich sogar eine Kapitulation verlangen. Das ist sehr wichtig, auch wenn ihr vermeiden wollt, dass Kriege zu lange dauern. Wenn ihr beim Stream-Social bei mir vorbeikommt, werdet ihr oft sehen, dass ich sehr frustriert bin, wenn ein Krieg sehr lange ist, weil wir einfach die Ressourcen nicht haben, um unser krasses Kriegsvolk zumindest eine gewisse Periode lang zu versorgen. Und dadurch kommt es dazu, dass jeder Krieg, der mehrere Jahre geht, meistens der Krieg ist, wo ich zur Hauptstadt gegangen bin, die belagert habe, nichts rausgekriegt habe. Also kein Erben, kein Herrscher oder ich nicht die Hauptstadt belagern konnte oder nicht bisher hingegangen bin. Da ist es natürlich essentiell, dass ihr diesen Trick mitnehmt, weil ihr eben durch diese Belagung so viel mehr Zeit und Ressourcen spart und vor allen Dingen eben auch ungewinnbare Kriege tatsächlich gewinnen könnt. Hört sich sehr banal an, wie gesagt, einige werden es wahrscheinlich kennen, aber selbst für manche fortgeschrittenen ist es vielleicht nicht ganz klar, dass ihr darauf gehen sollt. Zweite natürlich im Krieg ist ganz klar, erklärt ihr zum Beispiel hier über Galazien den Krieg, müsst ihr natürlich auch diese Region einnehmen. Habt ihr diese Region nicht eingenommen, bringt euch nichts, also fast nichts, Gebiete drumherum zu erobern, gerade bei größeren Nationen. Wenn es eine Nation ist, die nur aus zwei Gebieten besteht, dann bringt das schon was. Aber wollt ihr hier Galazien haben von diesem größeren Königreich, dann müsst ihr auch Galazien erobern, weil dann tickt euer Wert hoch und ihr habt hier das Kriegsziel und durch dieses Kriegsziel bekommt ihr konstant Passivpunkte, also Prozentpunkte dazu, sodass ihr eben Krieg von 50% auf 100% sogar hochticken lassen könnt. Damit kann man tatsächlich zusätzlich zur Hauptstadt Kriege gewinnen, weil wenn ihr zum Beispiel auf einer Insel seid und ihr steht da natürlich mit diesem gigantischen Vorteil, dass jede Armee, die auf diese Insel kommt, diesen Wasserungsmalus hat, dann könnt ihr diese Insel für immer halten und theoretisch, auch wenn es ärgerlich ist, dann den Krieg gewinnen, den ihr vielleicht vorher nicht gewinnen konntet oder ihn einfach auswarten, weil ihr nicht mit einer größeren Armee konfrontiert werden wollt. Dieser Tipp geht natürlich uneingeschränkt. Ich möchte trotzdem mal darauf hinweisen, dass natürlich je nach Hauptstadt die ganze Geschichte schwieriger wird. Deswegen bin ich hier gerade bei Bizanz. Es ist natürlich die schwerste Stadt schlechthin, die ihr belagern könnt, die von Anfang an schon eine 12er Festungsstufe hat oder ich glaube 11 am Anfang ist auch irrelevant, sehr hoch auf jeden Fall und diese Festungsstufe kriegt ihr am Anfang natürlich sehr schwer gebrochen. Das heißt, da braucht ihr schon 1000 Truppen, die tatsächlich sterben werden bei dieser Belagung, um überhaupt dieses Ziel zu erreichen. Deswegen ist selbst ein schwaches Bizanz immer noch schwer für zum Beispiel Stämme, die keine Ohrnager haben oder sowas, zu erobern oder fast unmöglich sogar, weil ihr könnt ja nur 50% durch Gewinne, also durch Kriegsgewinne, Kämpfe bekommen, mehr nicht. Selbst wenn die ganze Armee auslöscht, müsst ihr dann noch immer belagern. Und da ist Bizanz ein sehr schweres Beispiel. Ähnlich geht es halt mit Wüstenberg, Wüsten und Hügel. Die haben sehr gerne sehr hohe Festungsstufen durch bestimmte Buffs oder wenn ihr da in diesen Dschungel reingeht, wo versporgende Städte drin ist als Trade, das kann immer solche Dinge nochmal erhöhen, erschweren. Und dann wird es natürlich uneingeschränkt schwerer mit 2000 gegen 7000 Truppen zu gewinnen, weil die 7000 theoretisch immer zurückkommen können und euch jederzeit umbringen können. Allerdings kann man die KI ganz gut triggern, gerade wenn die KI eine Belagung begonnen hat, etwas weiter weg. Dann wird die erstmal diese Belagung beenden, bevor sie zu euch kommt. Könnt ihr also schnell genug die Hauptstadt belagern, könnt ihr damit den Krieg mit einem weißen Frieden oder wenn ihr Glück habt, sogar mit einer Kapitulation des Gegners beenden. Und Leute, als letzter Tipp. Ich weiß, ich habe es lange vernachlässigt und ich finde, es ist einfach meine Pflicht, darüber zu reden. Das wichtigste Thema, über das wir reden können, und zwar jederzeit, ist die Gleichberechtigung. Und deswegen will ich, dass wir auch in Crusader Kings 3 jetzt mal darüber reden. Ganz, ganz wichtig. Naja, eigentlich geht es mir eher darum, Vorteile zu gewinnen und die Leute auszubeuten, wie immer bei Crusader Kings. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Oder auch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier unser Beispiel mit unserer Daura-Familie. Die starten nämlich durch ein Event schon gleichberechtigt. Was das für einen Vorteil hat und wie ihr das einstellen könnt, das erkläre ich euch sofort. Denn ihr habt jetzt hier das weibliche Vorricht, ist eigentlich relativ egal. Weibliches Vorricht, männliches Vorricht. Wichtig ist, dass bei eurer Kultur unten, das ist das Wichtigste, Kriegsführung gleichberechtigt steht. Denn sobald hier Kriegsführung gleichberechtigt steht und in eurer Religion unten gleichberechtigt steht, habt ihr die Möglichkeit, sowohl Frauen als auch Männer in den Rat einzusetzen. Und zwar nicht nur als Ratsspitze, sondern auch als Ratskanzler, Ratsverwalter und so weiter. Das heißt, alle Geschlechter sind dann tatsächlich in der Lage, hier die Aufgaben zu erfüllen, was euch eben einen extrem hohen Vorteil gibt. Dieser Vorteil ist nämlich deswegen so hoch, weil ihr einfach viel mehr Auswahl habt, gute Kandidaten zu bekommen, sowohl bei euren Basallen oder wenn ihr halt shoppen geht über Tinder und euch mal schön Männchen oder Weibchen an euren Hof holt. Ihr müsst nicht mal mehr dieses komplizierte Material linear machen, sondern ihr könnt einfach hier reingehen, könnt sagen, Heiratstatus unverheiratet und könnt eigentlich jeden Typen oder jede Frau, die ihr findet, einfach mal anquatschen und sagen, du bist nicht verheiratet. Nehmen wir zum Beispiel den Mann, heirate doch mal und sagen mal, ich würde jetzt gerne mehr Verwaltung haben. Und könnt uns hier diesen 21er direkt gegen diese 28er Person austauschen, was uns eben einen gigantischen Vorteil gibt, den wir sonst nicht bekommen würden. Direkt haben einige Kulturen, einige Religionen diese Möglichkeit, zum Beispiel eben Dauer durch das spezielle Ereignis, dann haben wir direkt nebenan Nubien, eben durch die Kriegerkönigin, da haben wir sogar nur Frauenweibliches Vorricht, aber auch nur gleichberechtigt, könnt ihr alles machen und wichtig, ihr könnt beide Geschlechter wieder einsetzen, weil hier oben Kriegsführung ist gleichberechtigt und damit auch eben die Religion wird dazu sozusagen gezwungen. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr euch mischt oder sowas, dann kann halt das männliche dominierte Vorricht wieder durchgequetscht werden und dadurch würdet ihr diesen Bonus, den ihr hier über Nubien bekommt, tatsächlich wieder verlieren. Also immer hier auf dieses gleichberechtigt achten, dass ihr das nicht verliert. Wie ihr das gemacht habt, zeige ich euch gleich. Guckt, wo kann man das noch finden? Die jainistischen Glauben zum Beispiel hier haben tatsächlich auch schon das gleichberechtigte Rechtheit bei den Religionen. Die Religion ist immer die Grundlage dessen, dass ihr das überhaupt einsetzen könnt. Ihr müsst euch einfach mal selber umschauen, welche Kulturen und Religionen das noch bieten. Manche haben tatsächlich die Kultur schon so angepasst, dass sie beide direkt mit einbauen können. Ihr seht aber hier, wenn ihr mal durchklickt, die meisten haben die Kriegsführung nur Männer. Manche haben ja sogar Vererbung auch nur auf Männer gestellt. Gehen wir dafür einfach mal wieder zurück hier. Ich bin natürlich ein alter Chauvinist, habe hier deswegen alles noch männlich gelassen und die Kultur noch nicht geändert. Deswegen ist das hier tatsächlich ein gutes Beispiel, mal zu zeigen, was ich dafür brauche. Wenn ihr nämlich jetzt zum Beispiel auf Kultur abzweigen gehen, reformieren geht auch. Ihr könnt hier tatsächlich, seht ihr das kleine Rädchen, wahrscheinlich noch nie gesehen, tatsächlich anklicken und sagen, gleichbrech. Kostet auch gar nicht so viel Prestige, 3000. Und dann habt ihr die Möglichkeit hier zu sagen, nur Frauen, weibliches Vorrecht oder gleichberechtigt. Würde ich natürlich auch nicht nur Frauen empfehlen, weil dadurch schmeißt ihr die Männer raus und das ist dann schwieriger, wieder gutes Personal zu finden. Gleichberechtigt, ihr seht aber hier schon, ihr habt nicht das Gesetz, gleichberechtigt und so weiter. Dann müsst ihr oben auf die Krone gehen, auf Nachfolge und könnt ihr auf Geschlechterrecht gehen, männliches Vorrecht wird auf weibliches Vorrecht gehen. Aber auch hier seht ihr, stimmen zwar alle zu, aber was fehlt uns? Die Doktrin in der Religion verhindert, dass es weiblich dominierte Möglichkeiten gibt. Ihr könnt es manchmal schaffen, auch wenn ihr eine schlechte, also nicht gleichberechtigte Religion habt, dass ihr tatsächlich in der Kultur die Gleichberechtigung bekommt. Das würde ja schon reichen, damit ihr die Fähigkeiten der Leute ausnutzen könnt. Müsst dann nur beim Wechsel eben, wie eben gesagt, immer mal wieder aufpassen. Wenn ihr das aber ändern wollt, geht ihr einfach auf eure Religion hier unten, sagt einen neuen griechischen Glauben jetzt zum Beispiel und einfach hier auf Geschlechterrolle gleichberechtigt und gebt das Ganze ab. Dann, ihr seht nämlich hier, könnt ihr jetzt die Gesetze einsetzen, gleichberechtigt, weibliches Vorrecht. Nehmt bei den Nachfolgerechten auch bitte nicht gleichberechtigt, sonst sind alle Kinder erbberechtigt und dann habt ihr echtes Problem, sondern bleibt weiterhin beim männlich oder weibliches Vorrecht, sodass ihr nur ein Geschlechter enterben müsst oder euch darum kümmern müsst und nicht beide. Das wäre eher hinderlich, würde ich sagen. Habt ihr das dann eingesetzt, könnt ihr dann hier drauf gehen, die reformieren, das könnt ihr dann jederzeit machen. Da braucht ihr nicht irgendwelche speziellen Bedingungen, außer eben die Prestige oder das Prestige und dann könnt ihr hier draufklicken, die Krieger-Transition einsetzen, habt hier die Gleichberechtigung, habt in der Religion die Gleichberechtigung, das heißt ihr habt weibliche Ritter, die mit euch kämpfen können, also mehr Auswahl bei Kampfgeschick. Ihr habt weibliche Ratsverwalter oder männliche Ratsverwalter, je nachdem welches Vorrecht ihr gerade habt natürlich und könnt dann alles potenziell aussetzen und habt endlich in Crusader Kings 3 auch eine perfekte Welt geschafft, wo alle gleichberechtigt von uns schön ausgenutzt werden können, in den Krieg geschickt werden können zum Sterben und für uns irgendwelche blöden Aufgaben machen, wie zum Beispiel unser Kriegsvolk, wie ich eben schon mal gesagt habe, Waffen. Das war es auch schon, ich hoffe ihr habt einiges mitnehmen können, wenn ja, dann haut bitte den Like-Button und schreibt einen Kommentar, denn Algorithmus ist sehr gierig. Wenn ihr jetzt wisst, wie ihr Gleichberechtigung in Crusader Kings 3 reinbringen könnt und noch die letzten Schrauben irgendwie einstellen könnt, um ihr Militär zu verbessern, dann schaut doch, wenn ihr noch wirklich wissen wollt, wie ihr Kriegsvolk zu verbessern ist, gerne mal in das Video hier rein oder geht euch gerne mal auf diese spezielle Strategie, wenn es um Dynastie oder Städtentwicklung geht, doch einfach mal auf dieses Video oder schützt einfach die ganze Playlist von oben nach unten an, denn der Algorithmus ist gierig und wir würden uns alle darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein!